So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Anunnaki Dawn of the Gods, ein 4x Eurogame, will das so ein bisschen sein, das Spiel ist von Simone Luciani, der hat zum Beispiel Wasserkraft gemacht, Marco Polo, Lorenzo il Magnifico, Zeukin war dabei, also ein Autor, der in den letzten 10 Jahren echt super viele Highlights hatte, der andere Autor heißt Danilo Sabia, der ist nicht ganz so bekannt, Vendake hat der zum Beispiel mitgemacht, das Spiel wird bei Cranio Creations erscheinen, es wird ein Kickstarter werden, das hier ist eine Kickstarter Vorschau, dementsprechend, das hier ist alles noch Prototyp, das Material ist nicht final, es kann sich noch ändern, vom Look, von den Regeln her, aber es fühlt sich schon sehr fertig an und es gibt auch schon eine Tabletop Simulator Version davon und es ist auch wichtig, das ist ein unbezahltes Kickstarter Video, die haben mich halt angefragt und ich glaube, sie wollten mir so irgendwie Geld dafür bieten, aber ich habe gesagt, naja, ihr könnt mir das einfach so zu schicken, ich gucke mir das an, ich spiele das mal, ich habe ja vor ein paar Wochen auch schon mal eine Partie mit Flo zusammengespielt, wo wir das live gestreamt haben, da haben wir aber auch festgestellt, okay, wir hatten einen elementaren Fehler drin, der das Spiel echt gebrochen hat und nachdem wir den raus hatten, haben wir heute Abend noch eine Partie gespielt und die war echt schick, also ich hatte da durchaus Spaß drin, obwohl ich da sehr locker leicht rangegangen bin, aber es hat sich alles so zusammengefügt, es hat ganz gut funktioniert, es ist halt im Grunde seines Herzens auf jeden Fall ein Eurogame, wir spielen hier ja so Götter quasi, eigentlich so Herrscher von verschiedenen Häusern und unsere Heimatplaneten sind im Niedergang, auch irgendwie alle gleichzeitig und Gaia ist so die neue Welt, wo wir hinwollen, wo irgendwie auch Atlantis ist, wo wir Zuflucht suchen wollen und die Bewohner da, die halten unsere Anführer für Götter, weil die so mächtig sind und wir müssen jetzt eben auch Truppen rekrutieren, Ressourcen ernten, unsere Fähigkeiten upgraden, Götter beschwören, dadurch noch neue Spezialfähigkeiten freischalten, also im Grunde seines Herzens ist es eher ein Eurogame, als es wirklich so ein Area Control Spiel ist, aber es vermischt diese beiden Elemente schon auf eine ganz schicke Art und Weise, Flo würde wahrscheinlich sagen auf eine sehr interessante Art und Weise und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert, was man da so macht und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob das ein Spiel ist, wo ihr sagt, hey, da bin ich neugierig drauf, das sieht interessant aus, das möchte ich gerne spielen oder eben auch nicht, das überlasse ich dann euch, ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal rein. So, das hier ist das Spiel einmal aufgebaut, das ist so ungefähr die Partie, die Flo und ich gerade gespielt haben, das hier war mein Heimatplanet, das hier war Flo's Heimatplanet, das hier ist Gaia, so die zentrale Welt, die immer mitspielt, ansonsten kommt es eben immer drauf an, welche Gottheit spielt ihr, die entsprechende Heimatwelt kriegt ihr, sprich, wenn ihr zu viert spielt, dann liegen hier eben auch wirklich 4 bzw. 5 Planeten plus diese großen Playerboards auf dem Tisch, da brauchen wir schon echt einen großen Tisch für, aber ich würde es hier mit 4 Spielern auf diesem Tisch bekommen, der hat so 90, 135 cm, das funktioniert schon, aber es kann dann nicht mehr viel anderes auf den Tisch. Das hier ist das zentrale Board, wo wir zum einen die Siegpunkte tracken, wir haben hier 3 Leisten, wo wir vorangehen, wenn wir Kämpfe gewinnen, wenn wir unser Playerboard upgraden, wenn wir Aufträge erfüllen oder wenn wir hier diese Wertung auslösen. Diese Marker hier werden immer zufällig verteilt, diese Marker hier werden immer einfach zufällig verteilt und da guckt man halt, immer wenn ich kämpfe und gewinne, gehe ich auf dieser Leiste voran, das ist halt der Multiplikator, ich hatte jetzt den Multiplikator 2 mal pro 3 Leute, die ich bekommen habe, hätte ich halt 2 Punkte bekommen und ich hatte irgendwie 12 Leute auf dem Feld, das heißt ich habe dann durch 3 ist einfach 4, also 4 mal 2 sind 8 Punkte gewesen, Flo hätte dafür schon 20 Punkte bekommen. Und so gibt es hier halt Punkte für Gebiete mit Schreien, die ich besetzt halte, hier je nachdem wie viele von meinen Gebäuden ich aufs Feld gebracht habe und das hier ist einfach eine Leiste, wo man startet und dann hat man am Anfang Minuspunkte, hier kriegt man dann Pluspunkte, hier liegen auch noch so Punktemarker auf dem Feld, wenn ich da drauf oder drüber gehe, sammle ich die einfach ein und ich muss über diese Leiste hier kommen, damit schalte ich mir die Erlaubnis frei, hier halt dann auch auf das letzte Feld zu gehen, was das Spielende unter anderem auslösen würde. Hier auf dem Planeten haben wir halt verschiedene Hexfelder, wo wir Einheiten reinstellen können, da werden immer bestimmte Ressourcen produziert und da ist es auch so, wenn ich Ressourcen produziere, ich würde halt gucken, hier kann ich maximal 3 mal Stahl produzieren, ich habe aber nur eine Einheit hier drin, also kann ich nur 1 Stahl produzieren, hätte ich hier irgendwie insgesamt 3 Einheiten drin, dann könnte ich halt 3 Stahl produzieren und egal wie ich hier produziert habe, nachdem ich einmal die Aktion produzieren ausgewählt habe, lege ich hier so einen Marker drauf und dann kann ich halt beim nächsten Mal nur noch 2 Ressourcen ernten, das würde übrigens auch der Fall sein, wenn ich hier nur eine Figur drin hätte und dann sagen würde, ich würde produzieren, dann würde ich ja, ich könnte ja maximal 3 ernten, ich habe aber nur eine Figur drin, also würde ich eine Ressource bekommen und danach trotzdem ein Feld abdecken, so werden es halt im Laufe der Partie immer weniger Ressourcen, manche Felder werden uninteressant und es ist auf jeden Fall Bewegung drin, ich muss mich bewegen, weil ich nicht einfach irgendwo stehen bleiben kann und immer wieder neue Ressourcen generieren kann. Ansonsten gibt es hier halt noch Felder mit Schreien drauf, die sind zum einen für die Endwertung wichtig und für manche von meinen Aktionsteilen, da bekomme ich dann Ressourcen für, wir haben hier diese Plättchen liegen, wenn auf allen angrenzenden Feldern irgendwie eine Einheit steht, werden die ausgelöst und dann gibt es dafür halt Ressourcen oder irgendwelche anderen Vorteile. Das hier sind so die Einheimischen auf dem Planeten, gegen die wir dann noch kämpfen können, die haben auch immer eine gewisse Kampfstärke, hier werden es halt 3 plus 3, also 6, auf die ich kommen muss, um die zu besiegen, das gucken wir uns auch gleich mal näher an. Also hier passieren gar nicht so viel wilde Sachen, auch das hier sieht am Anfang relativ abenteuerlich aus, das hat man aber auch relativ zügig verstanden, wie gesagt, das sind so Aufträge, die man erfüllen kann, das kennt man ja auch aus Simone Luciani spielen, das sowas halt ein sehr prägendes Element ist. Hier zum Beispiel muss ich einfach diese beiden Ressourcen hier oben haben, dann darf ich halt einmal diese Aktion ausführen, bekomme 3 Punkte und gehe noch auf der Auftragsleiste ein Feld vor, verbessere also meinen Multiplikator am Ende der Partie, in dem Fall für gebaute Gebäude. Also hier was zu erfüllen ist immer gut, bringt mir Punkte, bringt mir Sonderaktionen, bringt mir hier den Multiplikator nach vorne, möchte ich also auf jeden Fall gerne tun, genauso wie ich halt gerne kämpfen möchte oder halt meine Teile auf meinem Playerboard entwickeln möchte. Und das Playerboard ist natürlich der super interessante Aspekt an diesem Spiel. Hier auf dem Feld kann ich meine Ressourcen tracken, hier habe ich halt eine Karte, die meine Gottheit zeigt, die man dann eben entsprechend auch sagt, welche Spezialfähigkeit ich habe und welche Fähigkeit ich freischalte, wenn ich es schaffe, diese Gottheit zu beschwören. Am Anfang steht die hier, die muss ich erst freischalten, hier habe ich halt so niedere Götter, so kleine Götter, Hilfsgötter, die ich auch erstmal beschwören muss im Laufe der Partie und dann kann ich mir halt hier so eine Karte nehmen, die mir auch auf einer gewissen Leiste einen Fortschritt bringt, die hier würde halt einen einmaligen Effekt bringen, dass ich halt mit so einem Mana-Kristall so einen Auftrag erfüllen kann, ohne dass ich die ganzen Ressourcen dafür haben muss oder die Karte hier würde mir einen dauerhaften Effekt bringen und würde auch noch einen Schritt auf der entsprechenden Leiste bringen. Wo ich dann nach vorne gehen könnte, also das sind so die asymmetrischen Spezialfähigkeiten, die ich mir im Laufe der Partie freischalten kann. Man hat da auch immer fünf von, man sucht sich am Anfang der Partie eine aus, die man nicht nimmt, die kommt dann raus und mit den vieren hier spielt man. Hier habe ich noch so eine Leiste, wo am Anfang der Partie eben auch noch Gebäude stehen, am Anfang sind auch vier Stück, wenn ich halt Gebäude wegnehme, kann ich mehr Einheiten rekrutieren, bekomme Punkte und kann dann noch mehr Einheiten rekrutieren, bekomme noch mehr Punkte, also die möchte ich auch aufs Spielfeld bringen, das ist vor allen Dingen auch wichtig, weil nur in Regionen, wo ich solche Gebäude stehen habe, kann ich neue Einheiten ins Spielfeld bringen und es ist halt super mühselig, wenn ich jetzt, ne, hier unten ist immer die Heimatregion mit diesem goldumrandeten Feld hier, das heißt, wenn man nichts anderes baut, kann man immer nur da Einheiten reinbringen, muss die dann erstmal bewegen oder teleportieren, das ist super mühselig, man muss also diese Gebäude auf jeden Fall bauen und da ist auch noch wichtig, wo baue ich sie hin. Das Herz des Spiels ist aber dieser Bereich hier, ne, das hier sind so die Aktionen, ne, die kann man immer upgraden im Laufe des Spiels, ich habe hier jetzt schon in der letzten Partie ein paar Upgrade, dann hat man halt immer bessere Aktionsmöglichkeiten und man geht dann eben auch auf dieser Leiste voran, wo man halt, ne, diese Upgrades hat, ne, das heißt, je mehr von denen ich hier umdrehe, umso mehr Punkte würde ich halt für Gebiete mit Schreien bekommen, dann soll ich natürlich auch darauf achten, dass ich Gebiete mit Schreien bekomme und ihr seht schon, ne, das hier sind so Markerplättchen, ein Spieler nimmt die, mischt die zufällig, legt die dann irgendwie hier hin und alle anderen Spieler legen die genauso hin, sodass die Verteilung von diesen Aktionen auf diesem Feld hier in jeder Partie anders ist, aber alle hier die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Das ist eben jetzt so das zentrale Element des Spiels, ich habe hier halt einen, so einen Marker, so einen Aktionsmarker, den kann ich am Anfang der Partie irgendwo hinsetzen, ne, ich könnte zum Beispiel sagen, na, das hier ist auch schon abgegradet, ich möchte gerne hier hingehen auf dieses Feld, das wäre eben einfach das Feld, wo ich mir einen Auftrag nehmen kann, das heißt, ich gehe hier hin und dann gucke ich halt, welchen Auftrag möchte ich hier gerne haben, würde mir zum Beispiel den hier nehmen, würde den auch noch hier hinlegen und, ja, den kann ich dann später füllen, um die Belohnung zu bekommen und wenn ich dann das nächste Mal dran bin, dann kann ich irgendwo hingehen, wo ich möchte, ich könnte hier hingehen, ich könnte hier hingehen, ne, das steht mir vollkommen frei, ich möchte aber in der Regel immer auf ein angrenzendes Feld gehen, weil wenn ich jetzt wirklich, ne, hier hingehe, ich quasi über diese Verbindung zum nächsten Feld gehe oder ich hier hingehe oder ich hier hingehe oder ich könnte auch hier hingehen, ne, dann kann ich halt hier so einen Marker hinlegen, wenn da noch keiner drin ist und bekomme die Belohnung, in dem Fall halt zwei von diesen Mana-Kristallen und ihr ahntet schon, die sind natürlich super wichtig, aber dann liegt hier auch eben so ein Klotz, das heißt, wenn ich in der nächsten Runde wieder zurückgehen würde, weil ich halt nochmal so einen Auftrag bekommen möchte, dann lege ich hier keinen Marker mehr rein, ich bekomme halt nicht nochmal irgendwie extra Kristalle, wenn die hier leer sind, ist das Spiel auch zu Ende, das heißt, vielleicht möchte ich auch irgendwann, dass das Spiel schnell zu Ende geht, ne, weil ich denke, ich bin gerade vorne und will ich halt auch schnell diese Marker loswerden und wenn ich dann einfach sage, okay, ne, jetzt stehe ich hier, ich springe mal hier hin, ne, ich bin jetzt keiner Linie direkt zum angrenzenden Feld gefolgt, dann lege ich halt keinen Marker und diese Marker möchte ich schon legen, weil ich zum einen, wie gesagt, das Spiel dadurch beende, ich bekomme halt diese Kristalle, die ich für Bonusaktionen brauche, die wir uns gleich angucken und ich habe euch ja gesagt, diese Götter hier, die werden erst beschworen, die stehen mir noch nicht zur Verfügung und ihr seht das ja, ne, hier liegen manchmal so Plättchen und hier sind jetzt zum Beispiel schon mal zwei von diesen Steinen und wenn ich jetzt hier hingehen würde, dann würde ich halt hier einen Marker hinlegen, würde halt wieder so ein Kristall bekommen, jetzt hätte ich das hier komplett umrundet mit diesen Steinen, das heißt, jetzt könnte ich diesen Marker hier wegnehmen, dürfte mir einen von diesen Göttern hier aussuchen, je nachdem, ne, welche Spezialfähigkeit ich haben möchte, auf welcher Leistung ich vorangehen möchte, welchen Effekt ich haben möchte, ob ich hier das, wo ich am Ende Punkte bekomme, schon freischalten möchte, ob ich hier diesen einmaligen Effekt jetzt schon nutzen kann, ob der überhaupt sinnvoll ist, weil ich, ne, die Voraussetzungen dafür dann eben auch erfülle und damit was Sinnvolles anfangen kann oder ob ich hier diesen dauerhaften Effekt wirklich auch nutzen möchte in dieser Partie und dann würde ich hier halt diesen Marker hinlegen, würde diesen Gott jetzt zu einem, ne, von diesen Schreinen hier oder diesen Gebäuden hier bringen, wo ich halt Einheiten beschwören darf und dann würde ich mir diese Karte nehmen und jetzt hätte ich halt diesen dauerhaften Effekt zur Verfügung und bei jeder Gottheit sind das eben auch andere Karten, andere Spezialeffekte, die hier draufstehen und dementsprechend habe ich hier eben auch schon mal Wege, die so ein bisschen, ne, nicht vorgegeben sind. Ich kann halt, wie gesagt, völlig frei entscheiden, welche Aktion ich mache, wenn ich aber Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge mache, weil ich da halt dementsprechend langgehe und das auch irgendwie toll miteinander verknüpfen kann, dann bekomme ich diese Spezialfähigkeit und natürlich möchte ich auch diese Aktion sinnvoll nutzen, dass die mir irgendwas in der Partie bringen, einfach nur hier langlaufen und sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Holz bekommen, das bringt mich nicht weiter, dann muss ich vielleicht nochmal überlegen, ob nicht irgendwas anderes sinnvoller wäre. Das heißt, hier könnte ich jetzt auch mit den nächsten Aktionen zum Beispiel hier hingehen und würde dann da auch eine Marke hinlegen, würde wieder zwei Kristalle bekommen, aber dann, ne, okay, dann könnte ich halt hier hingehen, dann könnte ich da hingehen, dann könnte ich hier hingehen, hier hingehen, ne, aber das muss halt auch immer, ne, was ich hier machen kann, gut zu dem passen, was da so passiert. Plus, ne, wenn ich hier außen überall einmal langgegangen bin und ich hier jetzt wirklich überall so einen Marke drin habe, dann habe ich ja das hier komplett umschlossen und dann bringe ich meinen Obergott ins Spiel, den kann ich dann auch wieder hier auf dem Planeten stellen, zu, ne, in einem Gebäude, das ich da gebaut habe und dann gehe ich auf allen Leisten einen Schritt vor, auf dieser Leiste hier, wo ich, ne, hier Punkte Marker bekomme und wo ich auch diese Barriere überschritten haben muss, um in den positiven Bereich zu kommen. Da gehe ich sogar zwei Schritte vor und da habe ich dann eben auch noch die zweite Spezialfähigkeit des Gottes zur Verfügung, die ich dann eben auch noch sinnvoll nutzen sollte. Die Aktionen selbst sind gar nicht so schwierig, die Ikonografie hat man auch relativ schnell drin. Die 1 heißt einfach, ne, ich darf so ein Portal aufmachen und darf da durchgehen, ne, das ist so ein bisschen Stargate-mäßig, das heißt, ich darf einfach, ne, eine Figur halt irgendwo auf ein anderes Feld beschwören und bin dann da. Und wenn ich das irgendwann mal geupgradet habe, dann dürfte ich sogar zwei Figuren damit beschwören. Also damit kommt man auch nicht weit voran, aber um auf andere Planeten zu kommen, ne, muss ich das erstmal machen. Dann die Aktion Nummer 2 sind einfach zwei Bewegungsschritte. Das heißt, ich könnte einfach sagen, komm, ne, ich bewege irgendwie dich mal hier rüber und dich auch hier rüber, dann wird es einen Kampf geben, das gucken wir uns gleich mal an. Und ich könnte sagen, wir gehen mal hier und kämpfe ich gegen diesen Großen da und den ziehe ich vielleicht hier rüber. Das mache ich vielleicht auch, um irgendwie mal, ne, irgendwie mehr ernten zu können oder so oder eben auch um Kämpfe zu führen, was mir ja auch Punkte bringt. Ne, das ist also die normale Bewegungsaktion. Wenn ich die geupgradet habe, dann dürfte ich sogar vier Bewegungsschritte gehen. Ne, es gibt hier auch nochmal diese, ich hoffe, es ist rot, ich bin absolut rot-grün-blind, rote Bewegungsaktion, wo ich halt auch, ne, dann drei Einheiten gleich bewegen darf. Und um die abzugraden, muss ich auch noch diese beiden Ressourcen ausgeben und dann dürfte ich sogar fünf Schritte gehen, also ne, fünf Einheiten bewegen und würde auf der entsprechenden Leistung sogar zwei Felder vorangehen. Das ist also auf jeden Fall gut, ne, hier voranzugehen, um hier meinen Multiplikator zu erhöhen. Da muss ich aber auch darauf achten, dass ich am Ende des Spiels hiervon wirklich viel habe, also in dem Fall halt viele Regionen kontrolliere, wo sowas drinsteht. Das heißt, wenn ich auf diese Symbole hier spiele, dann würde ich auf jeden Fall eine kampfbetontere Partie spielen, weil ich halt Leute aus ihren Gebieten vertreiben muss. Vielleicht möchte ich das ja gar nicht, dann würde ich automatisch ein bisschen friedlicher spielen. Dann Nummer vier, ne, das ist einfach, nimm dir einen Auftrag aus der Auslage, sobald ich da die Ressourcen für habe, kann ich den auch in meiner Aktion erfüllen und wenn ich das geupgradet habe, dann dürfte ich mir sogar zwei Aufträge nehmen. Da gibt es meines Wissens auch kein Limit für und ich kann da gucken, ob ich die erfülle oder eben auch nicht. Dann die Nummer fünf ist hier, da kann ich eben einfach Ressourcen abbauen. In dem Fall dürfte ich einfach zwei Gebiete wählen, wo ich Einheiten drinstehen habe. Und angenommen, ich würde jetzt hier drinstehen, ich hätte da zwar drei Einheiten, es gibt aber nur ein Ressourcen-Symbol, das heißt, ich könnte sagen, okay, ich möchte gerne einmal hier ernten, würde da einen Marker drauflegen, würde jetzt hier einmal Stein bekommen und dann könnte ich zum Beispiel noch hier ernten. Hier sind jetzt nur noch zwei Waldfelder frei, das heißt, ich würde auch da dann so einen Marker drauflegen, würde jetzt hier halt zwei Waldressourcen bekommen und ja, beim nächsten Mal könnte ich dann schon nur noch eine Ressource da ernten. Und so funktioniert es halt hier, wenn ich das umgedreht habe, dann dürfte ich es sogar in drei Gebieten ernten. Die sechs macht das Gleiche, nur ein bisschen schwächer in dem Fall. Wenn wir uns dann die sieben angucken, da hat halt jede Nation ein anderes Symbol, je nachdem, was ihre Heimatregion ist. Und hier würde ich auch einfach gucken, wie viele von diesen Heiligtum-Tempelfeldern kontrolliere ich und so viele von diesen Ressourcen bekomme ich. Also auch ganz easy, wenn ich das geupgradet habe, dann darf ich mir eine beliebige Ressource aussuchen, die ich da bekomme. Und es muss nicht mehr die Anfangsressource sein. Wenn ich dann hier die 8 aktiviere, dann produziert das hier einmal, also alles, was ich hier durch Wegnahme freigeschaltet habe. Das heißt aktuell, jedes Mal, wenn ich hier meinen Marker drauf bewegen würde, würde ich drei Einheiten beschwören und zwei Punkte bekommen. Ich hatte in der letzten Partie relativ zügig, so zum Mittel spielt schon, alle Einheiten auf dem Feld. Dann will ich eigentlich auch schnell das Ding hier bauen, damit ich, wenn ich bei diesem Feld vorbeikomme, ich halt wenigstens jedes Mal fünf Punkte bekomme. Ich hatte in der letzten Partie 95 Punkte, das heißt fünf Punkte sind da schon mal ein ganz guter Anteil von. Und neun, das ist das, was ich euch hier vorhin erzählt habe, das ist diese Flagge. Das heißt, da würde ich jetzt in der Partie gucken, wie viele Regionen kontrolliere ich, teile das durch zwei und dementsprechend viele Schritte darf ich vorgehen. Das heißt hier, dass wir jetzt in Kampfer stattgefunden hätten, würde ich gerade eins, zwei, drei, vier Regionen nur kontrollieren. Das heißt, ich würde das durch zwei teilen und dann würde ich hier einfach zwei Schritte vorangehen. Und wenn da noch ein Punktemarker wäre, würde ich ihn mir nehmen. Jetzt hätte ihn schon auf jeden Fall der blaue Spieler bekommen. Und es kann aber auch sein, dass hier das irgendwie so rum verteilt liegt und dann würde ich halt, wenn ich das Feld aktiviere, gucken, wie viele Gebäude habe ich schon auf dem Spielfeld und würde dementsprechend viele Felder vorgehen. Und wenn ich das geupgradet habe, dann gehe ich halt immer einen Schritt mehr vor. Ich habe es halt auch in der letzten Partie geschafft, so schon bei zwei Drittel des Spiels hier ganz hinten auf der Leiste zu sein. Das heißt, ich habe hier schon mal insgesamt acht Punkte eingesammelt, hatte hier 15 Punkte, Flo war am Ende nur hier. Das war schon mal ein Unterschied von 22 Punkten, das war ungefähr die Hälfte unseres Abstandes. Und dann das Feld hier oben, da darf ich normalerweise eine Ressource gegen zwei andere tauschen, die nicht gleich sind. Wenn ich das geupgradet habe, dann darf ich mir halt einfach zwei beliebige Ressourcen nehmen, die nicht gleich sein dürfen. Das sind so die Aktionen, sprich, ich fange am Anfang irgendwo an, hole mir hier zum Beispiel einen Auftrag aus der Auslage, lege den dann hier hin, wenn ich das nächste Mal dran bin, könnte ich ja sagen, okay, ich gehe hier hin, dann porte ich mich mal von hier irgendwie dahin, beim nächsten Mal könnte ich sagen, okay, ich gehe hier hin, jetzt könnte ich, wenn ich noch einen Marker habe, den hier hinlegen, um einen, so einen Mana-Kristall zu nehmen und dann dürfte ich halt zwei Einheiten insgesamt weit bewegen. Jetzt könnte ich halt hier nur Bewegungen machen, die mir hier leider keinen Fortschritt bringen, keine Kristalle. Wichtig ist aber auch, das ist eine Spielendebedingung, alle Marker hier aufs Feld zu bringen. Das heißt, ich habe hier insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Marker, also nach 14 Zügen kann das Spiel im Idealfall zu Ende sein. Das funktioniert also. Das ist ziemlich easy. Wichtig sind aber auf jeden Fall diese Spezialaktionen, die ich hier machen kann. Für die brauche ich diese Mana-Kristalle und mit diesen Spezialaktionen kann ich zum Beispiel, wenn ich einen so einen Kristall ausgebe und ich habe hier irgendwie ganz viel Nahrung und ich gebe dann zwei Nahrungen aus, dann dürfte ich halt drei Einheiten aufs Feld bringen, wenn ich die hier noch rumstehen hätte. Und am Ende des Spiels will ich auch für einen Multiplikator möglichst viele Einheiten auf dem Feld haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht so sinnlos, das zu machen, außer ich mache es halt über diese Aktion hier mit. Von daher, das hier verhältnismäßig für mich bisher in den meisten Partien das unspannendste fällt. Hiermit könnte ich halt auch wieder ein Kristall ausgeben und dann gebe ich halt zweimal Holz aus und dann dürfte ich halt ein Gebäude bauen. Irgendwo, wo ich eine Einheit habe, zum Beispiel hier hin. Das hier auch natürlich für alle Eurogamer, das ist ein sehr, sehr spannende Feld. Auch hier würde ich wieder ein Kristall ausgeben und zweimal Stein oder was das auch immer für eine Ressource sein soll. Und dann würde ich gucken, wo ist mein Marker und dann dürfte ich halt ein angrenzendes Feld upgraden. Hier müsste ich noch die Ressourcen dafür bezahlen. Das hier könnte ich einfach so upgraden und dürfte dann, und das ist auch wichtig bei der Aktion, auch gleich die Aktion ausführen. Einmal außer der Reihe, einmal gratis und würde eben auch noch auf der entsprechenden Leiste vorgehen. Also das hier, ein Feld, das man super gerne nutzt natürlich. Das Feld hier drüber, auch wieder sehr spannend, würde ich halt auch wieder ein Mana-Kristall abgeben und müsste hier zwei Metall ausgeben. Und dann dürfte ich einfach hier aus dem Kampfkartenstapel zwei beliebige Karten rausnehmen. Können zum Beispiel sagen, die und die hier. Und wenn ich die ausspielen will, muss ich noch eine Metall-Ressource ausgeben und die bekomme ich dann einfach zu meinen Kampfkarten dazu. Es gibt zwei so Verteidigungskarten, die habe ich immer, die kriege ich auch immer wieder auf die Hand. Diese Karten hier suche ich mir halt raus, muss mein Mitspieler nicht zeigen, welche Karten das sind. Kann die dann spielen, danach kommen die aber wieder in den Kartenstapel zurück und ich muss mir die dann eben wiederholen. Aber die erhöhen meine Kampfstärke, die bringen mich auf der Kampfleiste voran und bringen mir Siegpunkte. Und hier haben die vielleicht noch eine Spezialfähigkeit, eine höhere Kampfstärke. Hier gibt es immer noch welche, die haben eine richtig hohe Kampfstärke, kosten dafür auch viele Ressourcen. Und kärzen noch die Spezialfähigkeiten meines Mitspielers. Die bringen eigentlich alle immer drei Punkte. Aber hier gibt es zum Beispiel den Warhammer, der bringt dann auch nochmal drei Schritte voran, kostet dafür auch zwei Ressourcen, bringt auch nur zwei Kampfstärke. Das heißt auch hier muss man gucken, wann habe ich hier auf dem Feld so eine Übermacht, dass ich es mir leisten kann, nur so eine geringe Kampfstärke zu spielen. Aber dann kriege ich halt drei Schritte auf dieser Leiste, was halt schon echt viele Punkte sein können. Und das finde ich auch ganz charmant, dass man sich hier einfach eine Karte raussuchen kann und dass man da auch einfach direkt zwei bekommt. Also das ist auf jeden Fall auch gut. Dann hier oben, da kann ich einfach dann zwei Kristalle ausgeben und keine extra Ressource. Und dann darf ich ein beliebiges blaues Feld nochmal benutzen. Was halt ganz gut sein kann, wenn ich gerade hier hingelaufen bin, ich diese Ernteaktion gemacht habe, ich jetzt aber auch noch echt super gerne einen Vertrag hätte, weil ich die Ressourcen dafür habe und ich, ich habe doch immer nachgefüllt und ich dann eben auch gleich vielleicht nochmal upgraden könnte oder ich irgendwie einen anderen Vorteil bekommen würde, eine Kampfkarte, eine Ressource, die Punkte, die ich auf der Leiste vorangehe, dann kann es auch manchmal sinnvoll sein, wirklich zwei Kristalle auszugeben, um jetzt das hier zu machen oder um mich danach nochmal zu bewegen und dann irgendwie auch angreifen zu können oder irgendwo hin zu porten oder was auch immer zu machen. Und die roten Aktionen sind ja immer ein bisschen mächtiger. Da müsste ich dann halt nach meinem Zug, nachdem ich mich bewegt habe, die Aktion durchgeführt habe, könnte ich jetzt halt dann noch drei Kristalle ausgeben und dann dürfte ich eine von diesen Aktionen machen. Was jetzt in dem Fall halt einfach nochmal auch fünf Punkte wären, aber diese Kristalle bekommt man halt auch nicht so super einfach. Das heißt, das muss man sich auch schon immer gut überlegen. Timing ist bei dem Spiel nicht unwichtig. Nachdem ich mich dann hier bewegt habe, wie gesagt, ich darf auch irgendwo anders hingehen, dann kann ich nur keine von diesen Markern platzieren und verdiene keine Kristalle, aber vielleicht brauche ich die auch gerade gar nicht. Und nachdem ich dann eben diese Kristalle ausgeben habe, wenn ich möchte, um so eine Spezialaktion durchzuführen, und das ist auch meistens der interessante Part, die möchte ich eigentlich möglichst in dieser Runde durchführen können, dann darf ich eine freie Aktion durchführen. Heißt einfach, ich kann hier Aufträge erfüllen, gebe dann die entsprechenden Ressourcen ab, bekomme die Belohnung, bekomme halt die Punkte, bekomme die Fortschritte auf der Leiste oder ich kann auch danach, wenn ich das hier so zum Beispiel komplett umrundet habe und hier liegt noch so ein Marker, dann darf ich danach halt so einen Gott ins Spiel bringen oder auch diesen großen Gott. Danach würde man einen Kämpfer abhandeln, das heißt, wenn das irgendwie so wäre, dass wir hier so stehen würden, dann würde es halt zum Kampf kommen. Das heißt, ich würde mir überlegen, welche von meinen Kampfkarten ich spiele. Wenn ich der Angreifer bin, muss ich auch eine rote Karte haben, sonst dürfte ich gar nicht angreifen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich spiele gerne das Katapult, koste mich halt zwei Ressourcen, die gebe ich dann aus, also erst lege ich die Karte verdeckt hier hin, dann, nachdem mein Mitspieler auch seine Karte gewählt hat, der spielt vielleicht eine Standard-Verteidigungskarte, dann würden wir halt jetzt gucken, ich habe eine Stärke von 5, meine Einheiten zählen jeweils 1, also wäre ich bei 7, er hat hier 0 als Stärke, hat also eine Stärke von 1. Ich gewinne damit diesen Kampf, das heißt, er muss seine Einheit wieder zurück in seine Heimatregion schicken und ich würde jetzt eben halt zwei Ressourcen bezahlen müssen, sonst dürfte die Karte auch gar nicht spielen, würde ein Schritt auf dieser Leiste vorangehen, würde nochmal drei Punkte insgesamt bekommen und müsste diese Karte aber eben auch wieder abgeben. Also der Gegner verliert seine Einheiten nicht, die bleiben auf dem Feld, was ja gerade für den Multiplikator hier wichtig ist, aber er muss sie halt erstmal wieder dahin bewegen, wo es wichtig und interessant ist für ihn. Nun, danach würde man halt gucken, wenn jetzt wirklich hier mal so ein Kulturtoken, wenn das hier auch bekämpft worden wäre, komplett umrundet wurde, dann wird es halt aufgedeckt, und jeder, der hier Einheiten stehen hat, bekommt genau diese Belohnung, das heißt in dem Fall wieder zwei Metall. Und das wäre dann auch schon alles, ne? Sich hier irgendwo hinbewegen, vielleicht Vorteile bekommen, hier Aktionen ausführen, dann hier eine Spezialaktion machen, auch da vielleicht dann direkt nochmal irgendwie eine Extraaktion machen oder Einheiten aufs Spielfeld bringen und dann eben die freien Aktionen machen, sprich Aufträge erfüllen, Götter ins Spiel bringen, diese Kulturtoken abhandeln, das macht man tatsächlich relativ selten und dann ist schon der nächste Spieler dran. Also die Züge können, wenn ihr einen Plan habt, relativ kurz sein. Gerade am Anfang sitzt man hier natürlich und überlegt sich schon, ne, wie mache ich das jetzt smart? Wie ist hier die Verteilung am Anfang? Wo positioniere ich mich? Und wie gehe ich dann vor, dass ich möglichst jede Runde einen so einen Marker hinsetze, einen so einen Kristall bekomme? Aber natürlich muss ich bestimmte Aktionen einfach nochmal und nochmal und nochmal machen und dann muss ich mich vielleicht einfach irgendwo anders hinbewegen mit diesem Marker und dahingehend, um jetzt hier nochmal zu ernten, um hier irgendwie Einheiten ins Spiel zu bringen. Und das passt aber gar nicht zu meiner Bewegungsstrategie. Das ist so der Part, den Eurogamer auf jeden Fall spannend und interessant finden, wo auch Flo natürlich sagt, das ist interessant verzahnt, das ist gut, aber dann eben auch zu überlegen, okay, ich habe hierzu Kristalle verdient, welche von diesen Fähigkeiten hier benutze ich? Ich möchte halt irgendwie alles machen, ich möchte viele Einheiten auf dem Spielfeld haben, ich möchte viele Gebäude haben, um diese Einheiten auch irgendwie gut ins Spiel zu bringen und eben auch um den Multiplikator für meine Strategie freigeschaltet zu haben. Ich möchte halt auf jeden Fall mehr Kampfkarten haben, damit ich halt auch verteidigen kann, wenn ich angegriffen werde und eben, wie ich auch gute Angriffe machen kann und ich auch immer so eine latente Bedrohung bin. Ich möchte upgraden, um halt in einer Runde zwei Aktionen zu machen. Ich möchte auch diese Ernteaktion natürlich im Spiel oft machen, um viele Ressourcen zu bekommen. Aber man kann die Token hier umdrehen, da ist so eine 10 auf der Rückseite. Das kann sein, dass es mal sehr gut läuft, dass ihr mal eine Partie habt, wo ihr viele Ressourcen bekommt. In der Regel habt ihr immer sehr wenig Ressourcen, weil sich eben diese Felder mit der Zeit eben auch verbrauchen. Wenn hier geerntet wird, würde er jetzt halt nur eine von diesen beiden Ressourcen bekommen und dann, beziehungsweise wenn der hier stehen würde, würde er nur eine von beiden Ressourcen bekommen. Er könnte sagen, er möchte gerne hier die Baumressource haben, dürfte dann aber auch die hier abdecken, um nächste Runde wieder die Baumressource zu bekommen und danach wäre das Feld dann aber auch abgeerntet. Dann denkt man jetzt, oh mein Gott, was passiert dann, wenn irgendwann mal alle Felder zu sind, dann gibt es ja keine Ressourcen mehr, dann kann ich ja gar nicht mehr so super viel machen. Ja, das stimmt, in den Partien, die ich bisher gespielt habe, war das aber nie ein Problem. Ich glaube, es kann auch nie ein großes Problem sein, weil man, bis es soweit ist, hat man schon viele Upgrades gemacht, man hat schon viele Einheiten auf dem Spielplan und die Einheiten, die man auf dem Spielplan hat, wenn man die dann verliert im Kampf, die kommen ja nur wieder zurück in die Heimatregion. Das heißt, ich brauche diese ganzen Ressourcen irgendwann auch nicht mehr so, vielleicht noch um Aufträge zu erfüllen, aber das Spiel ist schon so getimed, auch mit den Markern hier, dass man die irgendwann alle platziert hat. Man macht ja auch nicht ständig nur die Ernteaktionen, weil klar, ich brauche irgendwie die Ressourcen, um bauen zu können, um meine Kristalle einsetzen zu können. Dafür muss ich auch wieder Einheiten auf dem Plan haben, die muss ich bewegen können und allein irgendwie, um die Schritte zu machen, sind das schon fünf Aktionen, wo ich schon dann fast ein Drittel von den Markern hier platziert habe. Also ich glaube, das werden die auch wahrscheinlich ausgerechnet haben, dass das eigentlich selten zu einem Problem führen wird und das Spiel dann schon sehr zeitnah zu Ende sein wird. Wie gesagt, wir haben das ja einmal schon live gestreamt, da waren wir echt mega underwhelmed von dem Spiel und wie gesagt, wir haben dann festgestellt, woran es lag. Zum einen, dass wir auch ein bisschen so die falschen Taktiken, die falschen Überlegungen hatten, aber wir hatten hier so die Restriktion, dass man immer nur angrenzen gehen konnte, was super restriktiv ist. Das steht auch in der Anleitung, ja, wahrscheinlich schon eindeutig drin. Wir haben es halt falsch interpretiert, obwohl wir es beide auch mehrfach nachgelesen haben, aber wir haben uns dann halt hergeleitet und auch mal nachgefragt, so ja, man kann schon hingehen, wo man möchte, aber diesen Vorteil, dass man halt so einen Marker platzieren kann, dass man die Kristalle bekommt, dass man halt auch dann seine Götter freischalten kann, auch diesen Hauptgott freischalten kann, den bekomme ich halt nur, wenn ich angrenzen gehe, was automatisch dazu führt, dass ihr die allermeisten Züge im Spiel so machen werdet, dass ihr euch entlang dieser Linien bewegt, um diesen Marker zu platzieren, um diese Kristalle zu bekommen, aber ihr habt die Freiheit, wenn es nicht passt und wenn ihr unbedingt irgendwo anders hin müsst, dann könnt ihr halt auch woanders hingehen und das macht das Spiel so unfassbar viel besser. Also ich hatte heute wirklich richtig Spaß in der Partie. Das war wirklich gut, weil es sich eben auch schon, ne, so ein bisschen Stargate-mäßig, so ein bisschen 4X-mäßig fühlt sich da schon in der Theorie an, wobei das jetzt Area-Control-Spieler eher nicht abholen wird, das ist schon eher was für Eurogamer, aber es war dann trotzdem so kurzweilig, wir haben zu zweit, ich weiß nicht, ich glaube so 75 Minuten ungefähr gebraucht und es ging so voran, man hat immer einen Fortschritt gemacht, sich immer irgendwas aufgebaut, immer mehr Sachen bekommen, immer mehr Fähigkeiten freigeschaltet und irgendwann sah man schon, okay, da liegen nur noch drei Mark, okay, hier ist man gleich am Ende der Leiste, das Spiel ist dann auch zügig vorbei, ich habe schon viel gemacht, das ist auch genau der richtige Zeitpunkt, zu dem das Spiel jetzt endet und das war wirklich einfach gut, bei mir hat auch sehr viel geklappt in der Partie, ich habe erst einfach mal gesagt, okay, ne, ich mache jetzt einfach mal, guck mal und so, ich will jetzt einfach nur mal wieder reinkommen in das Spiel, das hat sich schon so alles nach und nach zusammengefügt, man macht halt immer Fortschritte in dem Spiel, man bekommt schon immer irgendwas, man muss auch schon planen, also es kann sein, dass man hier auch mal, also ich hatte auch zwischendurch so ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt erfüllt Flora gerade Aufträge, bekommt er euch irgendwie Belohnungen, Punkt ist auf der Punkteleiste weg und so, äh, wie soll ich das nur aufholen, aber ich habe mir schon so einen Plan zurechtgelegt und habe den eben verfolgt und habe dann das Ganze eben dann auch gewonnen, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das war natürlich auf jeden Fall sehr gut und obwohl es ja auch so ein bisschen Area Control ist, einen Kampf hat und eben interaktiv ist, funktioniert das auch mit zwei Leuten schon sehr gut, das ist kein Spiel, wo ich sagen würde, mit vier Spielern gewinnt das auf jeden Fall, es kann mal sein, dass einzelne Götter, einzelne Fähigkeiten mächtiger sind mit mehr Spielern und dann ist natürlich, ah, der Tisch deutlich voller und es herrscht natürlich noch ein bisschen mehr Interaktion, es wird viel mehr gekämpft, aber ähnlich wie zum Beispiel Zeiss und da hat ja auch Flo gesagt, okay, das spielt sich schon sehr anders als Zeiss, aber trotzdem merkt man, dass da viel Inspiration herkommt, es ist eben auch hier so, dass nicht ständig nur gekämpft wird, der Kampf ist nicht ein Hauptfokus, es wird Kämpfe geben, aber auch da ist es für den Verlierer nicht so wirklich schlimm, wenn er den verliert, das preist man meistens mit ein und man kommt trotzdem, also ich habe in dem Spiel nicht einmal angegriffen, ich weiß nicht, ob Flo mich einmal oder zweimal angegriffen hat und es war okay, ich habe trotzdem die Partie nicht verloren, ich konnte trotzdem noch gewinnen, das ist schon wirklich gut gemacht und ich bin nochmal gespannt, was der Kickstarter dann auch alles bringen wird, wie viele Götter da wirklich drin sind, wie viele unterschiedliche Karten die jeweils haben, was dann noch so alles an Stretchshoots und Extras und Erweiterungen dann drin ist, aber jetzt habt ihr einmal gesehen, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert und ich werde mal gucken, ob wir das auch noch hinbekommen, ich muss die Kopie jetzt hier noch weiter schicken, die geht noch an eine andere Ritzen senden, vielleicht bekommen wir es nochmal hin, eine Live-Partie zu spielen, wo wir jetzt eben auch alle Regeln richtig haben, das wäre natürlich super spannend, weil ihr könntet auch mal wirklich euch eine ganze Partie angucken, wenn ihr wollt, ihr könnt einfach nur reingucken und sehen, wie das so zwischendurch läuft, vielleicht zum Finale springen, gucken, wie das dann da so aussieht und wie unser Gespräch nach der Partie aussieht, aber ich muss sagen, nachdem ich am Anfang sehr ernüchternd war und sehr zurückhaltend war und so schon sagte, so boah, nicht so gut, muss ich jetzt sagen, das Spiel hat mir persönlich gefallen, Wasserkraft mag ich persönlich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, das bietet mir einfach noch mehr, auch noch mehr Interaktion, aber das hier ist ein Spiel, das kann Leute abholen, ich hoffe, dass das Video für euch jetzt so informativ war, dass ihr wisst, ist was für mich, macht mich an, wenn ihr vielleicht auch sagt, ihr mögt andere Simone-Luciani-Spiele, das hier fühlt sich schon anders an, trägt aber schon seine Handschrift und ja, also ich hoffe, dass ihr jetzt eine fundierte Entscheidung treffen könnt, ob ihr das Spiel backen wollt oder nicht oder ob ihr sagt, nee, das wird ja auch sicher einen deutschen Vertrieb bekommen, dann warten wir halt irgendwie ein, zwei Jahre, bis wir das auf Deutsch spielen können, es gibt ja heutzutage mehr als genug andere Spiele, wie üblich wird natürlich die Kickstarter-Version opulenter sein, tollere Miniaturen enthalten, irgendwelche Extras haben, wo viele jetzt denken, die brauche ich unbedingt und das müsst ihr für euch entscheiden, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir die Partie heute nochmal gespielt haben, dass ich jetzt auch wirklich ein gutes Bauchgefühl bei diesem Video habe und hier nicht sitze und sage, so boah, hat mir so gar nicht gefallen, das würde ich halt auch machen, also wenn sich der Eindruck von der ersten Partie jetzt bestätigt hätte und ich sagen würde, ich meine Carnegie, da hat ja auch nicht ohne Grund Flo das Video zu gemacht, das ist ein sehr gutes Spiel, das mich überhaupt nicht abgeholt hat, wo ich auch echt keinen Bock habe, das nochmal wieder zu spielen, das hier würde ich sofort immer wieder auf den Tisch bringen, auf jeden Fall nochmal mitspielen, ich weiß nicht, wie schnell sich das erschöpft, ob es denn da wirklich die Interaktion ist, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Götter, auch dass man da immer ein bisschen auswählt, vielleicht hat man in der finalen Version auch noch deutlich mehr Karten, aus denen man dann auswählen kann, das müssen wir uns alles mal angucken, ich komme jetzt mal zum Ende, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde labern, wie gesagt, ich hoffe, es war informativ und hilfreich für euch, wenn dem so war, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, das war es von mir, das Video ist wahrscheinlich wieder deutlich länger geworden, als ich wollte, ihr seid jetzt hoffentlich gut informiert, bis bald und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!